Willkommen zu einer neuen Woche Deckbewertung. Deck diese Woche kommt von NoRage, der sich dachte, bloß weil die wichtigste Karte bei Naturia Runic auf 1 ist, ist das kein Grund, das Deck nicht mehr zu spielen. Ja, also ich habe auch selber schon dagegen gespielt, seit Baum auf 1 ist und du musst halt, ja, also wenn du nicht am Initialen Plus von dem Deck stirbst, dann kommt halt nichts mehr nach. Ja, schauen wir mal. Falls ihr uns auch ein Deck schicken wollt, kommt auf den Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Erste Runde ist gegen Ismail, T35. Okay, wir haben ein bisschen Interrupt. Wir spielen gegen Leverett. Okay, den Droll können wir anzünden. Ja. Mal gucken, ob zumindest die Ashe was macht. Ashe. Sie macht dem Lied was. Okay, die Frage, was nu? Naja. Normal Simon Mall Cricket. Ja, schon klar im Sinne von, was hat der nu? Wie geht's jetzt, wie weit kommen wir hier? Das ist schon mal potenziell schlecht, aber das hat der. Ja. Ich frage mich, ob wir bei Labyrinth jemand den Helden zu Gesicht bekommen, also den, den man immer auf den ganzen Artworks sieht. Was? Okay, das ist gelieb. Setz doch erst eine neue runter. Sollen wir es jetzt einfach zubucken, weil wir es können? Äh. Ich mein, mit Skill Drink passiert, glaub ich, eh nicht mehr viel. Kann er darin die Olle anketten? Was activated this turn. Nein, 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 nein. Also der Normal Trap Cut ist activated, nee, kann er nicht. Okay, dann, ob die verdeckt oder offen ist, ist dann an dem Punkt Aschuhwurscht. Ja, mit Naturia kommen wir ja nicht weiter, wir wüssten, wenn er nur du nicht machen. Hä, wieso? Wir können den 3K-Stock beschwören und drüber rennen, die hat 2-9 hinten. Ja, wenn wir so weit kommen. Ja. Okay, dann kein Bug. Nein? Wozu? Wie gesagt, wenn wir es... Das Ding jetzt ein offener 2-9-Dev-Stock ist ohne Effekt oder ein verdeckter 2-9-Dev-Stock ohne Effekt, ist doch Aschuhwurscht. Stichwort kein Effekt, die hat auch keinen. Ja. Okay, äh... Jetzt aber. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier anstellen. Also wir müssen auf Stufe 8 kommen und du bist ein Tuner. Mole Cricket Normal, dann können wir damit 2 aus dem Deck specialen. Ja, weil die Tribut, durch den Tribut ist die ja von SkillJay nun berührt. Ja. Machen wir das mal. Ja. Ja, bitte, aktivier-Effekt. So, nicht anketten, bitte. So. Wenn wir jetzt... ...Camellia Sunflower holen, dann können wir Stufe 6 holen. Theoretisch. Ja, zum Beispiel, ja. Bringt uns das was. Ja, gut, wenn wir das machen, können wir dann was vom Friedhof zurückholen mit Blessing. Äh, nein, bitte nicht trägern. Oder warte, ist das... Nee, warte, wir können jetzt in 6 gehen, dann mit Blessing die andere Camellia von der Hand holen und in 10 gehen. Oder wir holen die vom Friedhof zurück, dann haben wir die in der Hand noch. Ah ja, oder so, ja, besser. Haben wir ein 6, was kein Tuner ist? So, auf jeden Fall nicht aktivieren. Äh, wir haben eigentlich immer... Also, ich nehme an, wir haben Stardust Charge. Ja, haben wir, wir haben nicht nur Coral Drake, okay. Achso, Cloud und Barkion haben wir sowieso auch. Also, ja, wir hätten so einen Sohnstufe 6er. Dann holen wir Stardust Charge. Ich meine, gibt sich nicht viel, weil hat beides keinen Effekt. Ja, äh. So, kommst du zurück. Ja, wie viel Rums hat Chen Ying, wenn er keinen Effekt hat? Ich glaube 3,1 oder so. Aber ich glaube, ich glaube, es waren mehr als 3K. Ach, fuck, warte, das bringt uns gar nichts, weil das kann ja einfach bouncen. Oh, stimmt, der Grave-Effekt. Äh, lesen. Nee, er hat exakt 3K. Big welcome lesen. Return that card. Also, wir können booken, um, äh, wir können booken, um dem Ganzen zu entgehen. Ja, dann müssen wir Chen Ying holen, weil der auch 3K hinten hat, nicht nur vorne. Dann holen wir also Chen Ying. Achso, book, nein. Nein. So, dann Angriff. Dann wird er Big Work, oder er wird einfach direkt Big Worker machen, auch möglich. Okay, dann wird er jetzt Big Worker machen. Ja, wir würden gerne mal nach Battleface fragen. Und Angriff auf sie natürlich, so lange die noch in Deathflake. There we go. So, Chen. Nee. Was? Okay. Wahrscheinlich, es müsste That Target heißen, damit er nicht gebounced wird, wahrscheinlich. Ah, ja. Ja, 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 ja. That Target, nicht That Card. Ja, genau. That Card heißt genau das andere. Ja, gut. Wir hatten halt, hätten wir Rudik gezogen, wäre das easy gewesen. Ja, ja. Na, wir hätten theoretisch, hätten wir noch eine Runde chillen können. Nee, wobei... Wir haben zwei Runden. So, wir können die hier mal rein tun. Dann hätten wir noch chillen können. Oder? Nee, warte. Das war die, die hat gesagt, nur eine pro Zug. Kann man trotzdem machen. Äh, Featherduster? Wenn wir first killen? Ja. Die Karte ist trotzdem gut und Droll kannst du gegen ihn anzünden. Ich will die drei Drolls raustun. Also packen wir, ähm, Rose Whip, ähm, Called By und Ding. Und Featherduster da rein. Ja. D-Barrier und Super Ancient machen ja nicht viel. Also Super Ancient vielleicht. Nee, das kann er zu leicht abräumen. Ja. Lassen wir es einfach so. Ich überlege gerade, ob wir überhaupt first gehen. Schon, oder? Ja, ich... Glaub, wir gehen first. Oh, hey, guck mal. Runic. Oh, wow. Wir haben sogar Discard Tree. Holy shit. Yep. Äh, ich hatte ein Drawface, ähm... Slumber... Für Hugen. Für Hugen. Ja. Denkt sich's was? Mit was meine ich Impirm? Das müssten wir übrigens actually resolven lassen. Das können wir nicht mit Bug Doge, wenn er darauf Impirm macht. Macht er nicht. Okay. Dann, äh, dann hat er wahrscheinlich Ash und hat sich dafür entschieden, stattdessen den, äh, die Trap zu Ashen. Oder die Trap. Also das könnte ich zumindest nachvollziehen. Ja, macht er. Ja, okay. Okay. Ja, gut. Dann ist das, ähm... Die ist leider kein Nicht-Erde und die leider auch nicht. Dann ist das ein Activate-Field-Spell... Set Book Pass. Set Book Pass. Kann reichen. Ja. Je nach Opener ist halt der... Freezing Curse ist mehr oder weniger gut. Es war eigentlich schon, sagt der, eher okay, Evenly. Wir behalten natürlich den Field-Spell. Ob wir es lieben. Ja. Genau, wegen sowas hatte ich überlegt, den First gehen zu lassen, weil Labyrinth Go Second dann, ähm, äh, drei Evenly, drei Lightning Storm, oder halt zwei Lightning Storm entfährt hat er das da und, äh, 25 Go Second Karten irgendwie hat und dann bringen die halt alle tot auf der Hand. Ja, Endstep. Ja. Jetzt schmeißt das Evenly. There we go. Äh, yo. So, tschüss. Dann behalten wir mal den Field-Span. Aber es war falsch gespielt, wir hätten in der Draw-Face-Freezing Curse aktivieren müssen, weil falls was passiert... Weil wir Slumber dann einfach so benutzen können. Richtig. Und Kappen ziehen. Ja. Äh, ja. I guess. Okay. Ähm, in der Endphase würden wir dann gerne mal Freezing Curse aktivieren. Und mal was raus-specialen. Ja, ich würde dafür gerne einmal Slipenir lesen, ob wir den jetzt haben wollen. Äh, ja. Das bringt uns halt nichts. Nee, dann lass... Oder? Oder nächsten Field-Spell. Und dafür die Ash-Discard. Da wird Ash-Discard eigentlich behalten. Nein, nein, nein. Und Big Whale-Kam und so. Nein, Giri, Giri, Giri. So, ja. Ja. Ash ist ja schon... Ja, warte, Ash war letzter Zug. Ja, die letzte Handkarte könnte noch ein Ash sein. Ist es nicht. Okay. Äh, äh, hi. Haben wir irgendeinen Rang-Vierer? Ah. Äh, ja, normalerweise schon. Das frisst du... Warte, ist das... Das ist Welcome. Ja, das ist Welcome. Das ist irgendwie war die Frage. Ash wird oder warten wir auf Big Welcome? Äh... Das Ding... Darf er, glaub ich, haben... Oder? Wir haben halt Doppel-Ash, ist das Ding. Ja, aber die ist halt once per turn. Also, das bringt uns nichts. Wenn jetzt da unten halt auch noch Big Welcome liegt und wir jetzt Ash'n, dann sind wir fucking doomed. Ja. Die Frage ist, können wir das riskieren? Welcome ist halt auch schon ein Problem. So halb. Ja, wir Ash'n hier. So, ist es Big Welcome? Natürlich ist es Big Welcome. For fuck's sake. Ja, gut. Mhm. Natürlich hat er wieder beides. Ja, alles andere wäre ja auch schlecht gewesen. Dann kommt das Ding, ja. Jo. Hi. Das setzt sich da irgendwie vom Deck einer runter, ne? Ja, irgend sowas. Oh, nee, sie war nicht revealed. Doch, doch. Nee, war der Interview Opponents Turn doch war revealed. Okay, ja, dann kann er vom Deck setzen einfach. Ich kann nur reveal, dann set one. We'll banish it to me, was of the next turn. Okay. Punishment. Sure. Ja, wir können nichts machen, also. Zumindest ist es nicht sinnvoll, was zu machen. Ja, wir könnten halt Kellbeck-Normen und, keine Ahnung, in der Baguska gehen oder sowas. Das ginge theoretisch. Das macht aber keinen Sinn. Eben. Dann setzen wir das... Okay, oder Donner. Donner geht auch, aber das... Dann setzen wir das Book und sagen, go. Mhm. Nehme ich an. Ich denke, der wird jetzt mit Punishment wahrscheinlich den Fieldsberg kaputt machen. Das kann er nicht. Ja, doch, er kann ins reinlegen und dann... Ja, okay. Weil ich gehe mir stark darauf, dass der ins im Deck haben wird, wenn er Punishment spielt. Aber ich glaube, unsere Chancen, das hier noch irgendwie zu verwandeln... Ich sag mal, schwierig. Was geht noch? Targetest du eigentlich? Ja. Äh... Warte, was hat er getargetet? Gehri. Okay. Ja, das muss er leider tun. Äh, das muss er tun, aber dann kann er Punishment nicht mehr aktivieren. Stimmt, und dann behalten wir den Fieldsbell. Jetzt kriegt er Welcome, ja. Ja. Okay, das heißt, wir müssen den Zug überleben und dann was Gutes nachziehen. Okay, das ist ja kein Liefel. Da müssen wir nicht mal was zubucken. Au. Und Doppel-Au. Und Doppel-Au. For fuck's sake. Ja, Moment. Das Überleben war. Ja, stimmt. Warte, 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 nein! Jetzt ist Punishment live! Oh, stimmt. Warte, nein! Ist es nicht, oder? Doch, ist es. Ja, doch. Oder wie war das mit Punishment? Wann darf er ins Extradeck und wann nicht? Ich lasse nicht, ob es für den Rest des Zuges oder überhaupt nicht in dem Zug. Oder ich glaube, bis zum Ende des nächsten Zuges nicht mehr. Fuck. Ja, stimmt, ich hätte es mit Buck machen müssen. Ich habe nicht mein Punishment gedacht. Näh. Ja, ja. Dann Buck halt den Callback in Response zu, dass er nichts reinlegen darf. Blut ihr das so rum? Ja, weil Punishment beim Resolve die Attack überprüft. Und wenn es da keine Attack mehr zum Überprüfen gibt, dann kann man noch nichts reinlegen. Ah, okay. Das war die einzige Sequence of Plays, die dafür gesorgt hat, dass wir das Spiel verlieren können. Nicht ganz, hätten wir sowieso nichts machen können. Wieso? Das hätte ja nur funktioniert, wenn wir den Runic-Spell nachgezogen hätten. Ja, er hat doch auch nichts. Er hat einen Welcome, das frisst die Ash. So. Und jetzt stehen wir da. Ja, Set, go. Und jetzt hätten wir halt noch einen Field-Spell gehabt und Callback auf der Hand. Ja, oder auf dem Feld. Ja. Ja. Okay, das ist schon wieder in der Gehry für Field-Spell zurück. Das setzen wir, glaube ich. Ja, da kann man so eine Response machen, wenn man das wegräumen will. Ja. Und dann drück bitte direkt auf End-Face und nicht auf Battle-Face oder sowas. Ja. Äh, warte. In der End-Face hättest du es ruhig machen dürfen. Ja, weil natürlich ziehen wir die nächste Destruction und sonst... Ja. Äh. Ja, dann machen wir es jetzt. Wir können es trotzdem machen. Wir können dann ja Destruction machen, sobald er was runtersetzt. Insofern ist es gut, Destruction zu haben. Ja. Insofern ist eigentlich kein Unterschied, weil wir uns diese Destruction wahrscheinlich sowieso hätten aufheben wollen. Ja, hätten wir aufheben müssen. Ja, insofern ist es egal. Ja. So, kommt zurück. Fristig keine Impfermen. Genau. Genuriert, dass es gerade kein Deutsch war. Aktivieren. Go. Mhm. Ja, diesmal wären wir auch mit Book der Impfermen gedodged. Ja, richtig. Wenn du nicht wieder zu schnell am Rechtsklick Triggerfinger bist. Äh. Jetzt kein Ariane im Friedhof, oder? Nee. Äh, ja. Hat er. Okay. Das ist jetzt zwar nicht schön, aber das hat er. Wann kommt das Welcome nochmal zurück? Ich glaube, wenn er eine Trap aktiviert hat, oder? Den Effekt von einer Karte. Oder wenn ein Monsters Effekt durch eine Falle genau verlässt. Wenn ein Monster den... Ja, gut. Äh. Warte. Wir können jetzt doch die andere Silberkastler mit Dave aus dem Friedhof hauen. Und dann kommt die nicht. Ja, die Frage ist nur, wenn die kommt, dann was? Also dann stört uns das weswegen? Gut, wenn er halt mehr als eine Karte zum Runtersetzen hat, dann stört sie uns. Äh, ja, aber wir ziehen ja auch noch zwei zwischendrin und so, also... Ja, auch wieder wahr. Ich glaube, das darf der haben, weil ansonsten holt er sich halt nächste Runde. Ja, aber nächste Runde haben wir vielleicht mehr. Ach, und die muss ja in Death kommen. Ja, ja, das ist ja um Himmels Willen. Stimmt, stimmt, die muss ja in Death kommen, okay. Das wäre das ja fürchterlich. Ja, stimmt, dann stört die Indeed nicht. Und das Ding ist jetzt, er hat zwei Möglichkeiten. Entweder, weil er das jetzt verbockt hat, meiner Meinung nach. Entweder er rennt jetzt nicht über Gehry. Was er eigentlich nicht kann, weil... Entschuldigung. Entweder er rennt jetzt über Gehry und setzt nichts runter, dann stirbt die Lady. Oder er rennt jetzt... Oder er setzt was runter und rennt über Gehry, aber dann stirbt das Runtergesetzte. Und dann die Lady. Okay, er hat's eingesehen, dass das drüber zu rennen so Medium ist. Wir skippen unsere nächste Battle Phase, ne? Ja. Genau. Äh. Kein Grund, irgendwas zuzupucken hier. Ne, ne. Hi. Du bist ein Tuner. Mhm. Äh, die können wir mal normalen. Jo. Die Falle ist schon raus, ne? Äh, die, das den Baum haben wir ganz am Anfang gediscardet, glaube ich. Oder war das im letzten Duell? Nee, war dieses Duell. Okay. Okay. Dann, äh, aktivieren wir die trotzdem und legen die, ähm... Und legen Mole Cricket rein. Oder fangen wir uns eine Ash, wäre ich auch was zufrieden mit. Voll. Jo. Okay. Dann sind wir die los. Ja, kein Grund, das zu daven. Nein. Oder? Nein. Die sehen wir uns in eine andere Ash auf. So, dann, also, ja gut, Dragite, wir haben keinen Wassermonster im Friedhof, ne? Ne, aber Dragite wäre... Aber es wäre halt ein 3K-Stock. Dragite wäre ein 3K-Stock, der die Extramonsterzone freile... Also ich will auf jeden Fall die Extramonsterzone freilegen. Die Frage ist, ob wir Baguska oder Dragite bauen. Dragite räumt halt die Silver Castle unfallfrei ab. Naja, nicht wirklich, weil wir haben keine Battle Phase. Ja gut, ja gut, aber entweder dein Crasher, dann ist sie auch weg. Gut, Baguska kauft uns halt Zeit, weil er überhaupt nichts machen kann. Ich glaube, ich würde... Ich glaube, ich würde trotzdem Dragite bauen. Ja. Weil dadurch, dass die Extramonsterzone jetzt frei ist, sind wir auch nicht mehr so volatil, auch wenn wir ihn abgeräumt bekommen, können wir einfach den nächsten Geri hier reinhauen. Ja. Dann aktivieren wir Destruction für Sleipnir. So, ja. Und ziehen dann mal. Mhm. So, du kommst hier, bitte in Def. Ja. Okay. Einen schönen guten Abend. Ich meine, kann man benutzen. Das können wir uns für den Gegnerzug aufheben. Jo. Äh... So, aber in der Mainface gehst du ja auch, ne? Ja, und dann sind zwei Karten bis zur Main... bis zur Endface. Also bis zu unserer Endface geht das. Ja doch, 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 doch. Das machen wir, weil dann liegt das schon mal nicht mehr in der Extramonsterzone. Ja, genau. So, aber er hat Ezo rendered. Okay, jetzt kommt es drauf an. Also, er wird wahrscheinlich... Ich würde das Deck genau so lassen, wie es jetzt da steht. Ja, weil ich meine, was wollen wir mit dem ganzen Zeug? Hier bringt alles nichts gegen ihn. Richtig. Im Endeffekt kommt es halt drauf an, ob wir die Runic Engine ziehen. Weil gegen die hat er weniger. Ja, gegen die Runic Engine kassiert er einfach. Also, wir haben einen Teil der Runic Engine gezogen. Degah. Das ist auch so etwas Unerklärliches bei Labyrinth-Spielern. Die haben irgendwie immer so gut. Ja, die haben immer alles startakt. Ja, wobei, wobei, wir wissen noch nicht, wie gut das ist. Es ist nicht gesetzt, dass das wieder Welcome und Big Welcome ist, ne? Das vermuten wir hier gerade nur. Ja. Was machen wir jetzt eigentlich? Äh, wir können Modora normalen und angreifen. Ja, das bringt nichts. Nö, wir können auch einfach Dave setzen und Go sagen. Und dann das Big Welcome Ashen. Und dann das nächste Big Welcome fressen, weil er beide gezogen haben wird. Das klingt nach dem Plan, das machen wir. Ähm, wir haben kein Monster, also ist egal. Man sieht hier übrigens direkt das Problem, wenn man zu viel Non-Engine in Naturia spielt. Ich glaube, hier sind nur 15 Naturia-Spells drin. Das ist zu wenig. Du brauchst 16 oder 17. So. Welcome into Big Welcome. Wieder. Sehen wir gleich. Wir haben auf jeden Fall gerade für sehr, sehr viele Karten kein Target gegeben. Sehr schön. Aber den kann er einfach wieder vorzeigen, den Hampelmann. Ja, ja, klar, klar, klar. Der zahlt ja nichts für den Effekt. Der scheint eine Hand zu haben nach dem Motto, solange Schuhe bei die. Okay, ist halt ein 3K-Stock. Der jemals aus dem Deck setzt. Ja. Okay, wir könnten Mudora runtersetzen, einfach nur, dass wir die 3K nicht ins Gesicht be... Äh, wir sind... Warum hat er das nicht gerade eben schon gemacht? Weil er den Lord nicht hatte. Stimmt, warte, er hätte... Aber das... Stimmt, 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 stimmt. Das hätte er einfach machen können. Äh, ja. Warte. Wir können... Ich meine, wir können das Dave anketten, weil das sind wir jetzt eh los. Ja, also might as well, ne? Bringt nicht wirklich was, aber hey, wenn's eh wegfliegt. Schade, dass er nicht Chab gesagt hat. Wo sollte er? Äh... Keine Ahnung. Go. Go. Also ich sehe uns das nicht gewinnen, aber... Ich auch nicht. Vielleicht brickt er ja 3 Züge lang. Ja, und wir... Das ist das Einzige, wie wir das hier gerade gewinnen können. Nein, das hat er nicht. Ich meine, die hypothetische Chance besteht. Aber wir dürfen ja jetzt 3 Züge lang nicht spielen. Außer wir ziehen... Monster. Ja. Äh, ja, go. Ja. Aber hey, Book of Moon, okay. Besser als ne Rune-Karte zu verlieren. Wobei, eigentlich... Wir müssen einfach nur im dritten Zug ein Rune-Spell ziehen. Dann sind wir Gucci, weil dann können wir... Äh, Geri holen, der den Field-Spell zurückerde. Wir müssen nicht einfach... Okay. Das ist gerade, wenn ich nicht trage, wenn wir einen Tree haben, aber... Äh, ja, go. Okay, jetzt sind wir den Eradicator los. Stimmt, weil er den in unserem Zug gemacht hat. Das war der Eradicator. Ja, stimmt, das war der Eradicator dann schon. Das wird er Trap-Runic. Und Trap-Runic kann halt Britten. Labyrinth, meinst du. Trap-Labyrinth, ja. Oh, hi! Machen wir das mal. Äh, was? Ja. Na gut, stimmt. Macht keinen Sinn mit nur einem Spell. Ich weiß nicht, was du jetzt vorhattest. Ah ja, klar. Skill-Drain. Vergiss es. Ja. Ich danke. Ja. Ähm, also, wir können theoretisch normal zusammen Angriff machen. Nein. Ähm, was hier der Plan wäre, wenn wir Book hätten, wenn wir Book hätten... Ja, dann könnte man was holen und dann zubucken. Wäre der Plan, äh... Wäre der Plan, Geri zu holen, Modora zu normalen, Excite Night zu bauen, zu aktivieren und den Response zuzubucken. Das wäre auch eine Idee. Aber Book ist leider hier. Ja, richtig. Ich sag ja, wenn wir einen Book hätten, dann wäre das jetzt das Play, weil dann wäre einmal das Feld gesprengt. Weil darauf kann er nicht mal reagieren. Außer Strike. Cricket? Ich meine... Das... Das ist ein Anfang. Die Modora war nur ein Viech, weil er nichts auf dem Feld hat. Richtig. Wir können das Cricket auch einfach... Nee, ich glaube, wir... Wir machen... Oder? Wir können sie setzen und dann im nächsten Zug benutzen, wenn wir die nächste Normal zusammen haben. Nee, das Ding ist, wir müssen ja auch irgendwann mal Daumenschrauben anlegen. Ich meine, wir könnten die ja auch... Ja, das ist kein Tuner. Aber Camellia ist eine. Ja, aber da kommen wir nicht auf die richtige Stufe, die ich meinte. Ich glaube, wir könnten sie jetzt einfach mal runtersetzen. Warum setzen? Ja gut, stimmt. Sie holt es ja genauso volatil. Ja komm, holen wir sie einfach. Äh... Ja... Ich überlege nur gerade, ob wir sie wegtrebooten. Ich meine, es ist ein Quick-Effekt. Wir können auch warten. Ich meine... Naja... Das Ding ist halt, ich würde auch gerne mal anfangen, Schaden zu machen, dass er mal was tun muss, ne? Deswegen war ja meine Idee, dass wir den hier mal normeln könnten. Jetzt darf er ja erstmal überlegen. Ja gut, wenn er da auch irgendwas machen, dann können wir die in Response wegtrebooten. Voll. Wenn darauf jetzt was kommt, dann be my guest. Äh... Ja, nicht, bringt nichts. Wenn wir jetzt was machen, kriegen wir eine Camellia geholt, die kann ihn für 1000 Stiefeln. Herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir nichts gekonnt. Ja doch, wir haben Schaden gemacht. Ja, wir schenken uns das. Haben wir eigentlich mal einen Runelixfeld aktiviert schon, dieses Duell? Nee, oder? Nein. Okay, dann kein Grund, Battleface zu skippen. Ja. Ich meine, du kannst gerne auch Spaß auf Battleface draufdrücken, nur um sicher zu gehen, aber ich glaube nicht. Maulcricket ist nun während der Mainphase ein Quick-Effekt. Das heißt, wenn er die jetzt in der Drawphase zum Beispiel abräumt, dann ist sie natürlich tot. Ja gut, aber er könnte genauso gut, dass wir nicht abräumen können, was wir holen. Also, insofern... Haben wir damit jetzt... Gut, wir haben halt keinen Schaden gemacht jetzt, aber... Hätte er auch einfach dann, wenn wir die Kamelie geholt hätten, die direkt wegkommen können. Aber ich habe überlegt, ob es eventuell einen Grund dafür gibt, den Slumber runterzusetzen, und ja, hätte es gegeben. Was auch selten genug passiert, dass man den tatsächlich in der Hand aktivieren kann. Ich glaube, wir... Ich meine, es wären 3K. Das wollen wir auch mal wieder hashen. Wären das 3K. 1,5 plus 1,5 sind 3K. Also, der K-Back verschwindet ja im Grave dafür, dass man ein Modo ausmischend darf. Oder nicht sich... Und das, wie? Ach nee, man discardet ihn. Okay, dann habe ich die Effekte falsch im Kopf gehabt. Ja gut, dann... Go. Oder wir fangen jetzt halt wirklich mal an Chip Damage zu machen. Schadet es ihm, wenn wir ihn Sachen müllen lassen? Nein, das nützt ihm im Zweifelsfall eher. Okay, dann ist es die Frage. Normals haben wir einen Angriff oder einfach Go? Normals haben wir einen Angriff. Willkommen. Geht bisher schon mal nicht. Ach stimmt, der kann den Effekt ja auch auf dem Feld benutzen. Ja. Nö. So, Nash. Das war wieder so ein Duell. Ja, wir müssen halt leider eine Destruction, einen Tip oder einen Fieldspell Harddrawn. Und das sind halt leider nur, äh, sieben Karten im Deck. Haben wir noch einen Book? Das Book ist kein One-Off, oder? Nein, das Book ist ein Three-Off. Ja, dann geht das auch. Dann sind das noch zwei weitere Outs. So, das war jetzt unsere letzte Ash. Jetzt haben wir halt gar nichts mehr, um ihn aufzuhalten. Und er hat einen Prosperity. Das Risiko möchte ich wiederholen. Schwierig. Ja, da war das Welcome oder Big Welcome? Das war Big Welcome. Dass er sich nicht nehmen wollte, aufs... Die hat doch... Okay, gut, ich meine, die kann Modora kaputt machen, schätze ich. Aber die hat doch jetzt auch keinen Effekt. Ja, okay. Schwierig. Aus Erden. Wir können reshuffeln, fällt mir gerade auf mit Modora. Der bändisch sicher als Kosten, oder? Ja. Allerdings kann er sich auch aus dem Friedhof bändischen, von daher haben wir da nichts von, das jetzt zu machen. Richtig. Warum hat er nicht das Welcome genommen? Er hätte gerade keinen Welcome nachgezogen. Er hat den Pot nachgezogen. Und wenn er noch einen Welcome hätte, das müsste vorher gekommen sein. Weiß es nicht. Wir nehmen auf jeden Fall mal grandiose 100 Schaden. Ja, also, weil er da rechts klickt. Ach so, klar. Äh, 50 Schaden. 50 Schaden. Pot. Er hätte Pot aktiviert. Au. Ja. Hashtag Au. Okay, er hat nichts. Okay. Können wir auf jeden Fall mal ein Slumber runtersetzen, schätze ich. Weil jetzt ist ja nicht mehr so tragisch, wenn einer kaputt geht. Ja, ich überlege gerade, was die Odds sind, dass der an der Trap stirbt. Muss nicht ein Monster das Feld verlassen, damit die Effekte triggern? Ah ja. Und ich überlege gerade, ob es ein Argument dafür gibt. Äh, einen Huguen zu specialen. Den quasi ohne Effekt zu aktivieren, einfach nur, dass wir den Baum discarden können und was suchen können. Dann können wir einen Stardust Charge bauen, der stirbt an allem. Nee, das ist keine gute Idee. Dann setzen wir jetzt einen Slumber runter und sagen go. Wir können auch Kellbeck setzen, weil der hat 1.8 Def. Nee, den hätte ich gar nicht noch auf der Hand. So eng ist die Glock ja nicht. Mit Ariana nicht, das ist richtig. Ja, und wenn er was Großes dazu legt, dann ist A-Volens wurscht. Richtig, weil... Er wird dann einfach drüber laufen. Ich frage mich nur, was zieht der Mensch die ganze Zeit? Das könnte eine Handsharp gewesen sein, wobei ich dann wüsste nicht, warum er sie runtersetzt. Äh, damit er nächste Runde was hertributen kann. Stimmt, weil er dann zwei Tribute hat. Aber die Handshaps haben leider auch alle 1.8 hinten. Ja, ach. Das macht wieder keinen Sinn. Nee. Freezing Curse. Ja, das... Ne? Mal wieder nicht viele Möglichkeiten. Ja, wir könnten theoretisch Mutmodora uns in Fieldspell zurückschaffeln, dass wir einen weiteren Draw haben, der uns was bringt. Äh, ich würde mal... Pass auf, wir machen mal Freezing Curses... Nee, warte, wenn wir jetzt Freezing Curses machen, Bugel beschwören. Dann können wir den Baum wegschmeißen. Ja. Wo ich dann, glaube ich, lieber eher Slumber machen wollen würde, weil wir zwei Slumber haben. Nein, wir würden Freezing Curses machen, damit wir mit Slumber das Vieh fast rauskommt, beschützen können. Exakt. Achso, falls er jetzt direkt diese Runde kaputt machen will, meinst du? Ja. Ja, gut, aber gegen Bounces bringt das nichts, nur Zerstörung. Ja, richtig, aber er hat gerade keinen Bounce. Also zumindest keinen, von dem wir wissen. Ja, aber wir kennen die drei Karten da verdeckt nicht, das könnte ein Compulsory sein und sonst sowas. Richtig, könnte es, aber das wissen wir jetzt nicht. Nee, wir machen mal Freezing Curses für Bugel, wir müssen hier mal von der Stelle kommen. Ja. Von der Stelle kommen wir hier bestenfalls mit Babyschritten, aber besser wie nix, I guess. Was kommt denn jetzt? Was hier drauf kommen sollte, wüsste ich jetzt auch gerne mal. Das ist ja kein Surge oder so, den man aschen könnte. Judgmenten könnte das, glaube ich, oder? Judgmenten könnte das, Retaliating C könnte kommen. Ah ja, stimmt. Äh. D-Barrier, das geht auch eigentlich, schätze ich mal. Funktioniert. Ja. Ähm, ja, dann hat er das. Aber gut, ist die auch mal raus. Ja, äh, go. Das ist go, ja. Und dann tributet er jetzt wahrscheinlich Silvercastle her. Soll er mal. Ja, ja, noch killst du uns nicht. Naja. Das ist schon weniger angenehm. Okay, die. Ja, du hast ja gesagt Silvercastle. Das ist ja noch nicht auch Silvercastle, aber was, aber halt Lovely Lady of the Silvercastle. Ja, ich glaube, ich glaube, wir können hier mal mit einem umgedrehten, äh, bisschen Giri reinschmeißen oder was. Ja. Okay, dann. Äh, Special Summon. Wenn er dafür nur zweite Barrier umdrehen will, dann be my guest. Nee, hat er keine mehr. Äh, nein. Nein. Skill Drain liegt leider nach wie vor noch. Okay, er will sie noch behalten. Okay, gibt's einen Grund jetzt mit Modora uns den Fields-Ball wieder reinzuschaffen, um unsere Draw-Cancen zu verbessern? Oh, warte, er greift an. Äh, äh. Ja, aktivieren. Effekt und wir sprengen. Skill Drain. Also die Skill Drain können wir nicht sprengen. Die Skill Drain können wir, glaube ich, gerade nicht sprengen. Dafür sind wir zu weit hinten. Wenn wir ein Runic-Spell nachziehen, dann bringt's uns weiter. Ich glaube, wir müssen eine der Verdeckten sprengen. Oder die Lady. Dann haben wir halt keine Pressure mehr, wenn wir die Lady sprengen. Oder weniger Pressure immerhin. Ich glaube, wir sprengen eine der Verdeckten. Du. Wurscht welche. Ah! Ach, der schützt die auch noch. Ja, ja. Ah! Ich dachte... Ja, das hatte ich vergessen. Okay, dann hätten wir doch einfach Skill Drain kaputthauen müssen. Wann nicht, dann hätte er sich einfach resetzen können mit dem Effekt. Du kannst ihn nur normale Traps. Okay, nur normal trotzdem. Wir hätten einfach, äh, Labyrinth kaputtschießen müssen. Ja. Ja. Ah. Der beschützt die auch. Äh, jetzt würde ich aber mal in der End... Oder? Wir sind noch nicht in der Endphase. Ich weiß gerade, ob wir jetzt mal den Shuffle machen wollen. Dass wir den Runic wieder ins Deck bekommen. Aber ich... Ja, doch. So, dann viel Spell zurück. Genau, viel Spell zurück. Den Gehry wieder zurück, weil warum nicht? Und einen, der Dunic Spell ist. Freezing Curse, I guess. Nein, der tut nichts. Äh. Ja, irgendwann räumen wir... Skill Drain auch wieder ab. Wahrscheinlich. Äh, ich glaube sonst nichts zurück. Weil das sind alles nicht die Daws, die wir haben wollen. Bug vielleicht? Aber es wurde... Nee, Bug ist zu langsam. Ja, dann nur die beiden. Äh, warte. Er könnte sein... Wir könnten ihm sein Welcome wieder ins Deck reinpacken. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Dann darf er es nicht... Also, dann kriegt es nicht vom Grave wieder. Ja. So, jetzt kommen schon. Viel Spell oder Tipp? Nein, aber auch gut. Also, wenn wir jetzt im nächsten Zug noch einen Runic Spell nachziehen, ist das... Funktioniert das auch? Äh, wir dürfen ja immer noch nicht seine Swells und Traps vorheben. Ja, genau. Nur seine Verdeckten nicht. Sicher? Ja. Warte, im Moment. Hier, Set... Set Cards on the Field. Genau, hier, Set Cards on the Field. Genau, ja. Aber wie gesagt, wir haben nichts davon, das jetzt kaputt zu machen. Und wir keinen, weil wir einen dritten Runic Spell bräuchten, um es zu triggern. Ja. Insofern einfach wieder... Go. Ja. Ich meine, selbst wenn du den Lord jetzt holt, ist das immer noch nicht Liefel. Mhm. Das... Warte, das ist doch voll okay, oder? Ja doch, ne, weil er jetzt den Lord holen darf. Ne, kann er nicht. Das ist ein Featon, das ist ein Rock. Ja, das ist aber auch ein Gozen-Match. Achso, Gozen-Match. Kein... Ja, okay, aber wir haben doch gesagt, selbst wenn er ihn holt... Ach, nee, warte, er holt... Ja, genau. Ja. Dann setzen wir jetzt noch einen Welcome runter, holt in seinem Zug noch einen Darkness aus dem Deck und dann reicht's. Dann holen wir den nächsten Gehri? Weil wir sind ja noch... ...in unserem Zug. Wir können ja noch holen. Dann holen wir jetzt wohl mit Slumber den nächsten Gehri, ja. Genau, jetzt wäre es natürlich besser gewesen... Oh, weil es ist Endphase. Also, es ist sowieso egal, weil wir hätten ihn viel zu ja nicht mehr aktivieren können. Jo. Oder schießt den Big Welcome einfach direkt kaputt. Dann haben wir halt wieder nichts. Dann haben wir vor allem auch den Gehri wieder auf der Hand. Stimmt, weil er den Friedhof bei uns benutzen kann. Ja. Ja. Dann lassen wir's. An dem Punkt brauchen wir Feather das Daumen hier nochmal weiter zu kommen. Das war halt auch vom Timing her doof, weil genau dann, als wir den Fields-Bell zurückgemischt haben, ziehen wir natürlich die Destruction von oben. Ja, dass wir grundsätzlich den ganzen Schmarrn einfach zehn Züge zu spät gezogen haben, war ein bisschen ein Problem. Ich meine, gut, so gesehen kann man auch sagen, dass es nichts geändert hätte, wenn wir ihn nicht zurückgemischt hätten. Weil erst dadurch, dass wir es zurückgemischt haben, lag der Slumber ja oben. Oben. Äh, ja, IGS, Kellbeck. Ja. Oh, lol, wir dürfen beide haben. Ah ja, der hat ja den Effekt. Ja, ja, die Naturiers sind insane. Okay, dann Schritt eins. Äh, nein, ich glaub, wir müssen... Wir müssen Kellbeck zuerst machen, ne? Es ist, glaub ich, egal, wie rum wir sie triggern. Ist Seegog, das... Ja, stimmt. So, dann darf der mal zurück. Ja. So, und die... Cricket, bitte. Mhm. Ja. Special Sound, bitte. Äh, danke fürs kostenlose Plus. Mhm. Oder so. Also gut, nicht ganz. Er musste ihn ja irgendwie loswerden, ohne ihn zu zerstören. Oh, sind beide Erde. Ja, ja. Ja, ich bin gerade eingefallen. Warte, großen Match. Aber, ja, sind. Ja, wir müssen ja nicht jetzt weg Tributen. Muss halt irgendwann der Mainphase passieren. Ja, damit kann er sich den 3K-Stock wieder zurückbouncen oder auch nicht, wie er will. Ich muss ihm wohl nur sicher gehen, dass wir jetzt nichts anketten müssen, weil er die Cricket dann nicht während des Effektes loswerden kann. Nee, also wenn er die Cricket loswerden will, können wir darauf reagieren. Darauf, das war mein Punkt. Äh, ja, immer noch okay? Äh, ja, jetzt würdest du gerne mal. Äh, ja, Kamelia und... Noch eine Kamelia eigentlich, oder? Das geht nicht. Das müssen zwei verschiedene sein. Äh, Kamelia und Old Cricket, I guess? Sicher, dass das zwei verschiedene sein müssen? Achso, ja, okay, dann vielleicht auch zwei Kamelia. Weil dann stirbt eine und die andere macht eine Fusion. Äh, macht eine Synchron mit dem hier. Achso, ja, so gesehen. Ja, dann doppelt. So. Nummer eins. Nummer zwei. Beide haben keinen Effekt. Haben wir eigentlich eine Battle-Face gerade? Äh, ich glaub nicht. Nee, weil wir haben ja in der End-Face ein Junix-Ball aktiviert. Ah ja. Ach. Hi. Irgendein Bonker Stufe 9 Viech haben wir nicht, oder? Oh. Er hatte keinen Bock mehr. Kann ich auch irgendwo verstehen. Ja. Ähm. Das Ding ist halt, der Plan wäre jetzt gewesen, irgendwie das gemütlich wegzustallen. So gut es geht. Und, äh, wir hätten ja auch nichts Legales. Doch, wir hätten aber Guska legal holen dürfen. Ja, die ist Erde. Wir hätten... Bringt? Doch, 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 weil wir haben ja Destruction noch. Äh, äh, die Bounce der einfach. Achso, das meinst du, stimmt. Weil, dass sie nicht gezielt werden kann in der Taktposition, ist ja negiert. Ja, und an dem Moment, wo er sie zielt, bringt es dann auch nichts mit den Fieldsberg kaputt zu machen. Das hätte man... Ja, das müsste man dann, wenn dann quasi zuerst machen, dass man erst Skilledrain hochjagt und dann... ...Waguska holt erst. Und dann... Also, da wäre jetzt schon was gegangen, aber... Ja, die Hauptidee wäre jetzt einfach gewesen, ihn hier mal gemütlich Richtung Deckout zu treiben. Ja, aber halt ganz gemütlich. Ja. Äh, das Duell... Dieses Match war... ...ne Hausnummer. Wahrscheinlich nicht optimal gespielt, aber... Also, ich habe... Also, ja gut, aber die meisten Misplays, zumindest meinerseits, waren ja im Zweiten, was wir gewonnen haben. Also... Ja, gut. Bis Mittwoch. Ciao. Bis zum nächsten Mal.